Seht ihr das, Bruder? Äh... Ajoa. Bruder, zieht euch jetzt die Box rein, die ich bekomme. Zwar, wenn wir uns ein bisschen supporten, uns bedeutet, äh, also 4 Bros, äh, supporten Abo, äh, Ibrahim NRW und mich. Also, richtige Ehrenaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getrunken habt, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, sind, also, für die, die das nicht in der Umgebung haben, also, ich hab den Link hier, man kann das bei denen bestellen. Ich hab mir einiges zukommen lassen. So, Bruder. Einmal, so ein geilen Mix. Ja, richtige Ehrenmänner, Bruder. So, einmal die Sorte hier, Bubblegum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Schmeckt sehr, sehr nice. Also, wenn man das Kaugubi-Geschmack mag. Dann, der Pfirsich-Eistee schmeckt wie der alte Aldi-Pfirsich-Eistee. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es schmeckt mega, mega geil. Und das Geile ist, man sammelt auch Punkte und dann gibt's halt gewisse, äh, Sachen, die man dann einlösen kann, auf deren Seite oder über die App. Also, eine richtig geile Aktion. Bruder, wer, wer die Länge meines Streams verfolgt, weiß, dass ich, sehr gerne, äh, Red Bull in 0,33 Liter immer nur trinke. Und das ist deren Energy, die die mir geschickt haben. Das kenn ich noch gar nicht. Da bin ich ja ganz gespannt drauf. Und davon haben die natürlich nicht eins geschickt. Und da bin ich ja ganz gespannt drauf.